Der hat so ein Bild gehabt von sich mit so einer Wamp und neben sich hat er noch zwei total dick und hessische Frauen praktisch links und rechts gehabt. Da habe ich sein Bild genommen und habe es dann einfach darunter gepostet. Da hat er noch gedroht, mich zu verklagen oder so, wenn ich sie sofort wieder wegnehme. So, hallo Freunde, heute sitze ich wieder hier auf der Dachterrasse mit Dr. Dr. Rainer Zittlmann. Mein Name ist Fabian Fröhlich und Herr Zittlmann hat sich hauptsächlich immer mit den Themen beschäftigt. Wie wird man reich? Wie bleibt man reich? Haben wir jetzt auch eben zuvor ein Video aufgenommen dazu. Das verlinke ich euch mal hier. Und jetzt geht es um das neueste Buch. Das kann man noch gar nicht bestellen, nur vorbestellen bis jetzt. Doch, doch, das ist jetzt da. Ja, ja, ganz neu. Ganz neu, es gibt es schon jetzt. Genau. Perfekt. Und zwar geht es darum, wie wird man berühmt? Ja, genau. Fragen jetzt manche Leute, warum überhaupt? Ich will gar nicht berühmt werden. Ja, also erstens mal berühmt werden. Ja, das ist so ein bisschen der plakative Titel. Es geht darum, wie man sich selbst als Marke aufbaut. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig. Es gibt ja auch viele Leute heute, YouTuber, Influencer und so weiter, die genau das wollen. Und wo ja auch das Geld, was sie dann verdienen, insofern ist wieder eine Verbindung, ja direkt proportional ist zu der Bekanntheit, die sie erreichen. Und ich bin ja immer einer, der nicht so theoretisiert, sondern der einfach mal die Leute anguckt, die da am besten sind und wie die es gemacht haben. Und ich habe dann zehntausende Seiten wirklich Biografien gelesen und analysiert und habe zwölf Personen rausgesucht, die besonders gut darin waren, sich selbst das Marke aufzubauen. Und das sind absolut unterschiedliche Menschen, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können. Also zum Beispiel so Physiker wie Albert Einstein oder Stephen Hawking. Oder auf der anderen Seite ist jemand wie Madonna oder Kim Kardashian. Ja, also total gegensätzlich. Murmeth Ali und Arnold Schwarzenegger. Aber auch jemand wie Steve Jobs oder Steve Jobs wie Karl Lagerfeld. Donald Trump ist auch dabei. Ofra Winfrey ist dabei. Andy Warhol ist dabei. Also ganz unterschiedliche Leute. Aber alle haben so eines gemeinsam, dass sie alle super gut verstanden haben, wie mache ich mich selbst zu einer Marke. Und das sollte man jetzt nicht kopieren, aber da kann man eine Menge davon lernen. Und was waren die wichtigsten Punkte bei denen? Haben Sie eigentlich gesagt, Sie wollen jetzt auch berühmt werden, weil Sie das Buch geschrieben haben? Oder was war so der Hintergrund dazu? Ja, ja, nee, also das ist schon, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich auch selbst was für mich lernen. Also ich sage mal, bevor ich überhaupt mit Immobilien richtig reich war, hatte ich ein Buch geschrieben 1999, das hieß Reich werden mit Immobilien. Also das ist bei mir so ein Buchtitel, ist auch mal ein bisschen ein Arbeitsprogramm für mich. Und ich bin auch in der Tat jetzt, ich bin auch der Meinung, man sollte nicht über Dinge schreiben, wo man also selbst noch gar nichts nachgewiesen hat. Jetzt bin ich natürlich lange nicht so bekannt wie Karl Lagerfeld oder Ofra Winfrey. Aber immerhin ist es so, dass meine Bücher ja weltweit heute verkauft werden. Ich habe mir zum Beispiel nur mal von der letzten Woche, also als Beispiel von mir, habe ich ein Interview gegeben mit einer der führenden koreanischen Zeitungen. Es waren mehrere Artikel von mir in amerikanischen Zeitungen. Es war in britischen Zeitungen ein Artikel. Ich habe ein Interview mit einer französischen Zeitung gerade gestern noch gemacht. In der italienischen Zeitung, da waren Artikel von Litauen. In der Schweiz, ja, das ist unterschiedlich. Das ist oft mit Zoom heute, wo das gemacht wird. Manchmal werden die auch schriftlich. Also wie gesagt, allein jetzt die Woche Korea, Schweiz, Italien, Frankreich, Große Britannien. Die Bücher werden auch weltweit verkauft. Und ja, ich stehe da aber noch ganz am Anfang halt, mich selbst als Marke aufzubauen. Und natürlich, dann mache ich so wie jeder vernünftige Mensch, der guckt dann mal bei denen, die es erfolgreich gemacht haben. Und vielleicht können wir mal ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen. Also das Erste, was sehr wichtig ist, lernen Sie so von den Hühnern. Und zwar meine ich dabei, einen Huhn, wenn es ein Ei legt, dann gackert es ja in der Regel. Und viele Menschen haben aber so Glaubenssätze in sich drin. Sei bescheiden oder irgendwo spiel dich nicht so in den Vordergrund. Oder Qualität, setz dich von alleine durch. Und das ist erst das Wichtigste, dass man diese ganzen Glaubenssätze also kritisch hinterfragt und letztlich tilgt aus seinem Kopf. Weil solange Sie solche Dinge in Ihrem Kopf drin haben, sei kein Angeber und sei bescheiden und so weiter, da werden Sie garantiert sich nicht als Marke aufbauen können. Sondern wie gesagt, machen Sie es wie das Huhn, es legt auch immer ein Ei und gackert dann dabei. Das ist auch wichtig für den Angestellten. Also das ist, wenn Sie in der Firma arbeiten, da werden Sie auch Leute kennen. Da gibt es drei Arten von Leuten. Die manchen sind so ein bisschen so Aufschneider, die immer viel Wind machen, aber nichts dahinter steht. Die können mal vorübergehend erfolgreich sein, aber ich glaube, auf Dauer werden die schon durchschaut. Dann gibt es andere, die machen einen tollen Job, aber machen das so mehr im Verborgenen und vergessen es halt zu gackern und machen nicht darauf aufmerksam. Die müssen dann manchmal zuschauen wie die dritte Art von Leuten, nämlich die Qualität bieten, aber dann auch praktisch das Lernen zu verkaufen. Und wenn jetzt einer denkt, Qualität setzt sich von alleine durch, dann frage ich, warum macht Apple da noch Werbung und Marketing? Warum macht Mercedes noch Werbung und PR, wenn sich die Qualität von alleine durchsetzt? Das ist natürlich falsch. Die Menschen sind so überflutet von allen möglichen Reizen, dass man schon die Welt wissen lassen muss. Dann, sagen wir mal, ein zweiter Punkt, der wichtig ist, auch durchaus äußere Markenzeichen zu entwickeln. Also ich sage mal als Beispiel, der Karl Lagerfeld, den ich habe in meinem Buch, der hat ja immer einen Stehkragen und der hat den gepuderten Zopf. Dann hat er die fingerlosen Handschuhe. Dann hat er so Sonnenbrille. Zeitlang hat er auch noch so ein Fächer gehabt. Dann diese stakkatohafte Stimme. Also den konnten sie sofort hören, sehen. Jeder Charakterist, der muss eigentlich nicht viel kennen, der hat mit ein paar Strichen und jeder wusste, das Lagerfeld. Der Trump, der hat die verrückte goldglänzende Frisur da, wo jeder sofort ihn daran erkennt. Dann der Schwarzenegger, der hat halt hier ein Doppelbizep gehabt. Die Kim Kardashian, die hat den Po. Der Albert Einstein auch, der hat so, kennen Sie diese weißen Haare, die so. Dann hat man gesagt, der hatte sich extra immer noch mal vor dem Foto so durcheinander gewühlt. Das sieht schlimm aussehen. Damit er den Einstein-Look hat und hat dann auch so ein offenes Hemd und keine Socken getragen und so. Das hat irgendwo auch dazugehört, so zu dem Image. Selbst der Stephen Hawking, der hat seine Behinderung noch, hat er praktisch als Marke. Dann hat er sich auf ein Buch abpflichten lassen, wo er im Rollstuhl drin sitzt. Und der konnte ja nur noch mit Computer dann mit anderen Menschen sprechen. Und die Computerstimme hat er sogar patentieren lassen. Das heißt, solche äußeren Merkmale, die sind schon auch ein Punkt, wo man darauf achten soll, was hat man irgendwo an einem äußeren Merkmal. Haben Sie sich da auch eins überlegt für sich dann? Ja, also ich habe so ein paar. Ich habe auch mit dem Bizeps, das ist ja ein bisschen ungewöhnlich für einen Intellektuellen, für auch einen, der Akademiker ist, dass man da mit dem Bizeps, das provoziert natürlich auch. Das sagen manche, das ist ja total bekloppt. Dann habe ich immer noch das I Love Capitalism T-Shirt und dann mache ich es auch immer so mit dem doppelten Doktor. Das ist ja auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber weil es sich einfach einprägt. Ich habe zum Glück auch einen Namen, den jetzt nicht jeder hat. Also ich heiße jetzt nicht Müller oder Meier, das ist schon mal ganz gut, Zittelmann. Aber dann hänge ich noch die zwei Doktor da vorne und das kann sich auch jeder sofort dann einfach merken. Da bin ich aber auch schon bei dem Provozieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram oder bei Facebook, da poste ich manchmal so Fotos, wo ich die Muskeln dann zeige. Und da gibt es dann manche natürlich, die sagen, super, klasse, wenn ich mal so, ich bin jetzt 63, wenn ich so alt bin wie Sie, will ich auch so aussehen. Aber es gibt natürlich auch andere, die schreiben, ist doch blöd für einen Akademiker, das mit den Muskeln, das finde ich lächerlich. Oder die meinen dann, ich hätte Anabolika genommen, was ich noch nie im Leben genommen habe. Oder sie schreiben irgendwas Herabwürdigen. Mir macht das nichts aus. Ich gucke mir dann meistens mal die Bilder an, kann man ja auf Facebook sehen von den Leuten, die das schreiben. Und das sind oft so, die haben so eine Wamp und da sage ich, also wenn der so eine Wamp hat, der soll dann lieber, bevor er meckert über meine Muskeln, soll er sich mit seiner eigenen Wamp irgendwo mal beschäftigen. Da habe ich es auch schon mal gemacht, da hat einer so einen Kommentar dann abgegeben. Und dann habe ich einfach, der hat so ein Bild gehabt von sich mit so einer Wamp und neben sich hat er noch zwei total dick und hässliche Frauen praktisch links und rechts gehabt. Da habe ich sein Bild genommen und habe es dann einfach da drunter gepostet. Da hat er noch gedroht, mich zu verklagen oder so, wenn ich sie sofort wieder wegnehme. Obwohl, das war ja das Bild, was er selbst praktisch auf seinem Profil gehabt hat. Also das heißt, was will ich aber damit sagen? Sie müssen schon auch den Mut haben, anzuecken. Jeder Mensch hat ja irgendwo Ecken und Kanten und da dürfen Sie sich nicht daran stören, wenn dann die Leute, das haben die alle, der Muhammad Ali, der hat immer provoziert. In politischer Hinsicht hat er provoziert, ist nicht zur Armee gegangen und so. Dann hat er mit seinen Sprüchen provoziert, die Leute. Er hat die immer herausgefordert und auch der Donald Trump, den ich auch als Beispiel hatte in dem Buch, der ist ja nur durch Provokation praktisch immer weitergekommen. Auch der Lagerfeld hat gerne mal mit frechen Sprüchen provoziert oder der Arnold Schwarzenegger. Die Madonna, die hat immer mit so Themen wie mit Sex und Religion und so weiter, da hat sie provoziert. Der Annie Warhol sowieso. Also da habe ich viele Beispiele drin in dem Buch, dass also Provokation gehört absolut auch mit dazu, dass man also den Mut hat, auch anzuecken. Und dann ist wichtig so PR, PR, PR. Also dass sie wirklich Public Relations, dass sie Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media sind wichtig, aber nicht nur Social Media. So dass man wirklich auch guckt, wie kommt man in verschiedene Medien rein. Also der Arnold Schwarzenegger, der hat das auch gesagt, PR, PR, PR. Der war auch sehr einfallsreich. Also wo der noch ganz jung war, da hat er in München gewohnt und da war es also eiskalt im Winter. Und da hat er sich so im Posing Slip an Stachus gestellt, wo es also praktisch ganz kalt war. Und sein Freund, der hat dann ein paar Journalisten angerufen, hat gesagt, ja, der war irgendwo letztes Jahr im Steinheben oder so, war der Meister. Jetzt ist er Mr. Universe und steht jetzt gerade am Stachus im kurzen Höschen so. Und dann sind die Journalisten tatsächlich gekommen und haben ihn fotografiert. Und er war praktisch in der Zeitung drin gewesen. Also der hat immer einen Riesensinn gehabt für PR. Da habe ich viele Beispiele in meinem Buch. Dann hat ihn da, damals der Bush, der hat ihn als Fitnessbeauftragten benannt. Und das war gar nichts Besonderes. Der hat x Beauftragte gehabt. Und normalerweise wäre das dann so gewesen, dass er einfach vielleicht das Büro vom Präsidenten so eine kurze Pressemitteilung gemacht hat. Der wird jetzt das und das. Aber der hat gesagt, nee, wir müssen hier eine große Pressekonferenz, wir müssen im Weißen Haus was machen, wo dann auch die Reporter alle kommen, die Fernsehkameras, machen auch ein großes Fitness-Event im Garten vom Weißen Haus und so. Also der hat alles immer in PR letztlich umgesetzt. Auch der Muhammad Ali, der hat den ganzen Tag, hat der immer nur Interviews gegeben und so weiter. Und wie gesagt, das ist ja bei mir auch so. Jetzt habe ich das Buch rausgebracht und viele Autoren, die machen dann den Fehler, wenn das Buch raus ist. Da denken sie, jetzt ist es fertig. Nee, für mich beginnt es dann überhaupt erst die eigentliche Arbeit. Dann hatte ich mit dem Journalisten von der Frankfurter Allgemeinen lang gesprochen. Der hat jetzt eine ganze Seite in der Frankfurter Allgemeinen gebracht. Bei anderen Büchern habe ich mit Spiegeljournalisten das gemacht. Und dann gucke ich, wie man das weltweit auch vermarkten kann. Und also, sagen wir, dieses Medien und PR ist total wichtig. Wie viele Bücher verkaufen Sie dann so am Tag so oder im Monat alle zusammen? Das kann ich gar nicht sagen. Das ist unterschiedlich. Und außerdem, sagen wir mal, ich vertraue auch nicht mehr ganz den Angaben von den ausländischen Verlagen, muss ich sagen. Man kann es nicht jetzt richtig prüfen. Das können mal Monate sein, wo die einem dann mal sagen, toll, also zum Beispiel, ich habe hier ein Buch, das ist in China sehr erfolgreich. Da haben sie, sagen wir mal, im Monat 10.000 Stück verkauft. Es gibt da auch Länder, wo ich dann die Abrechnung bekomme, die Indien und so, wo ich sage, hoffentlich stimmt es. Aber sagen wir, das ist auch, bei den Büchern steht tatsächlich, das Geld verdient im Moment nicht bei mir im Vordergrund, sondern einfach die als Marke aufzubauen. Das ist das Entscheidende. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der auch ganz gut ist, solche kurzen Gedichte oder Sprüche. Der Muhammad Ali, der hat immer so Sprüche gemacht, wie zum Beispiel, flieg wie ein Schmetterling und stich wie eine Biene. Das war so ein Spruch. Und dann hat er immer so kurze Gedichte gemacht, auch über seine Gegner. Auch der Lagerfeld kennt man. Der ist immer durch seine Bormons bekannt geworden. Also wer eine Jogginghose anzieht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das kennt fast jeder, den Spruch. Und so gibt es aber ziemlich viele so Lagerfeld-Sprüche. Auch der Einstein, der hat das immer gemacht, auch weil sich sowas einprägt. Und das sind alles Sachen, die muss man jetzt nicht kopieren. Aber wenn man jetzt das Buch liest und sagt, okay, für jeden, der jetzt YouTube oder als Influencer bekannt werden will, da ist es eine absolute Pflichtlektüre, weil es ganz viele Ideen gibt und den richtigen Mindset, wie man jetzt bekannt werden will. Aber selbst wenn man das nicht werden will, dann ist es einfach interessant, auch für jeden, wenn Sie jetzt zum Beispiel Unternehmer sind, dann brauchen Sie ja auch für sich und Ihre Firma einen USP, wo Sie sich irgendwo unterscheiden, wo Sie sich einprägen. Oder wenn Sie jetzt Freiberufler sind, sagen wir mal zum Beispiel Arzt oder Rechtsanwalt oder Steuerberater, auch dann ist wichtig, dass man sich selbst vermarktet. Ich kenne einen hier in Berlin, das ist ein sehr guter Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer, aber er hat gesagt, da gibt es viele andere, die sind genauso gut. Aber er war immer der Bekannteste, weil er immer irgendwo, dann hat er Interviews gegeben in der Zeitung, so habe ich ihn auch kennengelernt, wo ich noch Journalist war. Dann ist er immer auf irgendwelche, jeden Abend auf irgendwelche Empfänge, irgendwelche Partys oder so, um sich halt irgendwo bekannt zu machen. Und Aufträge dann zu bekommen. Und einfach, dass jeder hat den gekannt. Das war wichtig. Das hat der Arnold Schwarzenegger auch mal gesagt. Egal, was du machst, ob du Schriftsteller bist, ob du Musiker bist, ob du Künstler bist, solange die Leute nichts davon erfahren, ist alles umsonst. Und ich meine, er ist ja auch ein Beispiel dafür. Wo der Schwarzenegger jetzt am Höhepunkt seiner Bodybuilding-Karriere war, da gab es andere, die vielleicht von der Harmonie vom Körper sogar besser waren, wie zum Beispiel Frank Zane. Oder beim letzten Mr. Olympia-Wettbewerb, den er gewonnen hat, da war er eindeutig nicht der Beste. Das sagt auch heute jeder, da waren andere. Aber er hat sich halt besser als Marke. Und von der Muskelmasse, ich meine, da gab es danach welche, die haben viel, viel mehr Muskeln. Also wenn Sie mal Ronnie Coleman zum Beispiel, wenn Sie den neben Arnold Schwarzenegger stellen würden, dann würde er also eher dünn aussehen. Aber Ronnie Coleman, also so ein paar Insider, so Bodybuilding-Spezialisten, kennt keiner den Namen. Aber Schwarzenegger kennt jeder auf der ganzen Welt. Und so ist es auch bei anderen Beispielen. Also der Muhammad Ali, den kennt jeder. Das war der bekannteste Boxer überhaupt. Obwohl, jetzt mal rein, klar, der hat auch eine tolle boxersche Leistung gehabt. Der war mehrfach Weltmeister. Aber wenn man jetzt mal rein, gibt es so wissenschaftliche Berechnungen, wie viele Treffer hat er gelandet, wie oft wurde er getroffen und so weiter. Und da gab es mehrere andere Boxer, die viel besser waren als der. Aber keiner war so gut, sich selbst zu vermarkten. Und dann gibt es sogar welche, wie die Kim Kardashian, die ist in drei Bereichen gescheitert. Als Schauspielerin gescheitert, als Sängerin gescheitert und als Sängerin. Also Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin. Die drei Bereiche, genau. Und trotzdem hat es es einfach, weil es genial war in der Selbstvermarktung, hat es es geschafft. Die hat heute fast so viele Follower auf Twitter wie der amerikanische Präsident, der Donald Trump. Und hat mehr Follower auf Instagram als die Top-Fußballer der Welt. Und ich meine, da kann man sagen, ja, das ist blöd und so. Und von der halte ich nichts. Muss man ja auch nicht. Aber ich bin nur der Meinung, man kann von jedem Menschen etwas lernen. Und deswegen habe ich gesagt, ich suche hier einfach die zwölf Besten raus, die absolut die Genies von der Selbstvermarktung. Und habe am Schluss von jedem Kapitel immer so eine Zusammenfassung, was sind so die Instrumente der Selbstvermarktung, die dieser Mensch für sich genutzt hat. Nicht, dass man es jetzt einfach kopiert, aber einfach, dass man Ideen daraus als Anregung sagt. Und sagt, das könnte mir auch weiterhelfen. Alles klar, dann danke für die Insights und Ihnen viel Erfolg bei der Selbstvermarktung. Genau.